So, Herzerwandernadestelle 42, Tragfurter Brücke im Wasserschutzgebiet. Ja, da kann auch jemand gleich eine Bode runtergehen. Manche laufen dann so viele Kilometer in Hotels oder sowas. Und dann am nächsten Tag marschieren sie weiter. Aber das muss man sehr früh buchen. Ja, 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 ja. Es ist natürlich schon ein schöner Platz. Also, schöne Aussicht. Wie wir heute Glück haben mit dem Wetter, ist es ganz toll. Ich muss schon sagen. Ja, das lohnt sich schon mal herzukommen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Na ja, das ist ja Trink-Wasser-Schutzgebiet. Aber man kann schön laufen. Also hier ist es so ein normaler Weg, kann man vielleicht sogar einen Kinderwagen mitnehmen. Ja, und hier ist ein schöner Teerweg, kann man schon mit dem Fahrrad fahren, also Inliner. Ja, ist auf jeden Fall ein schöner Rundwanderweg. Die eine Seite ist Asphalt und die andere geht durch den Wald, aber auch eine feste Fläche. Kann man mit dem Kinderwagen machen. Ja, und so sieht das optisch aus.